Es ist Donnerstag, es ist ATV-Tag. Heute mit Informationen zu Glasschadern, dem Screen Interference System, Neuigkeiten über die Shubin Engineering Einrichtung und es gibt ein Special zum Gameplay Story Animation Team. Sandy Gardiner und Sean Tracy, der Technical Director of Content, also der Inhaltschef für Squadron 42, begrüßen uns zum dieswöchigen Around the Verse. Und los geht es zuerst mit Nick Elms, dem Creative Director aus England mit seinem Projekt Update. Das GFX-Team, nicht zu verwechseln mit dem VFX-Team und GFX steht einfach nur für Graphics. Das Grafik-Team hat eine Reihe an Verbesserungen an Glasschadern vorgenommen. Shader, zu deutsch Schattierer, werden gebraucht zur Erzeugung von 3D-Effekten. Ganz kurz nochmal erwähnt. Diese Verbesserungen an den Glasschadern, so erklärt Nick, die ergeben nun zusammengefasst ein vielseitiges Werkzeug, welches für so viele Assets wie möglich eingesetzt werden kann. Assets, Grafikbaukästen, Grafikbausteine. So ist ein einfacher Entleuchtungsmodus, nenne ich es mal, hinzugefügt worden, sodass nun das Glas der Cockpit-Kanzel oder auf Visiereinrichtungen mit Effekten versehen kann, die zum Beispiel entstehen durch massive Sonneneinstrahlung oder auch Frost-Effekte, Kondensation oder sogar auch Schmutz und Fingerabdrücke. Die Kombination der Möglichkeiten zur Darstellung von Lichtbrechungseffekten sowie der Entleuchtung, also der Reduktion von quasi externen Lichtquellen wie zum Beispiel der Sonne, ermöglicht es dem Team jetzt mehr dynamische visuelle Effekte zu erzeugen. Übrigens nebenbei bemerkt, dieses Problem, welches uns Nick hier erklärt, haben wir bereits in der letzten Woche gezeigt bekommen. Hier sind sämtliche Beleuchtungseffekte des Innenraums der Origin 600i von den Lichteffekten der Sonne im Spiel überlagert worden. Dieses kann man jetzt scheinbar durch das von Nick Elms vorgestellte Werkzeug in den Griff bekommen. Der führt jetzt weiter aus, dass man mit diesem Tool auch solche Kleinigkeiten darstellen kann, wie das Ausblenden der visuellen Randbereiche für den Fall, dass unser Spielercharakter außer Atem ist. Die Darstellung der Blendeffekte, wenn man in die Sonne schaut und dies zum Beispiel durch ein verschmutztes oder beschädigtes Helmvisier tut, könne nun entsprechend differenziert dargestellt werden. Außerdem hat man die Effekte für beschädigtes Glas verbessert, wie man das hier anhand der eingeblendeten Kioskkonsole sieht. Diesen Effekt hat man direkt in Verbindung gebracht mit dem Schadenszustand der jeweiligen Entität. Entität, wir erinnern uns, ein Informationsobjekt. In der Welt von Star Citizen die Bezeichnung grundsätzlich für jedes Objekt im Spiel, sei es ein Raumschiff, eine Rüstung, eine Waffe oder ein Spieler und eine Entität kann mit verschiedenen Komponenten befüllt werden, zum Beispiel Physiklogik oder Grafikkomponenten. So und die Entität Kioskkonsole hat man jetzt verknüpft mit dem Schadenszustand und entsprechenden Auswirkungen. So kann man jetzt Objekte im Spiel zerstören, wie zum Beispiel das Display der Kioskkonsole einschlagen und die Auswirkungen sind sofort sichtbar in Form nicht nur des zerstörten Glases, sondern auch der flackernden Kiosk-Anzeige. So und jetzt geht es zum VFX-Team, dem Team für die visuellen Effekte und die haben am sogenannten Screen Interference System gearbeitet, dem Bildschirmstörungssystem. Dieses System wird dringend benötigt für die Einsätze im Coil in der Squadron 42 Einzelspielerkampagne. Den Coil haben wir das erste Mal in der Vertical Slice Demo im Dezember kennengelernt. Man kann es als riesigen elektrostatischen Weltraumwirbelsturmkomplex bezeichnen, der die Systeme in unseren Raumschiffen entsprechend beeinträchtigen wird. In Bezug auf dieses Screen Interference System befindet man sich jetzt in einer frühen Forschung und Entwicklungsphase. Das Ziel ist es hier, mehr Drama, wie Nick Elms sagt, ins Spiel zu bringen, sowie den Spieler zu zwingen, mehr situationsbedingt im Spiel reagieren zu müssen. Weiter führt Nick aus, dass es eine Menge Dinge im Weltraum gibt, die unsere Instrumente beeinflussen können. Und die elektrostatischen Stürme, die durch den Coil pulsieren, erklärt er weiter, tun uns Piloten keinen Gefallen. Daher fügt dieser ja eigentlich nur kleine Effekt der gestörten Bildschirmanzeigen und Instrumente in unserem Schiffscockpit eine wichtige Komponente in Bezug auf die Erzählung im Spiel hinzu, und zwar gerade in Situationen, in denen man außen nur wenig sehen kann. Nicht zuletzt fügt es natürlich aus der Gameplay-Perspektive heraus auch eine Herausforderung hinzu. Weiterhin hat man an dem System gearbeitet, welches Kondensstreifen simuliert und mit Alpha 3.0 ins Spiel gekommen ist. Hier braucht man eine spezielle grafische Darstellung für die Flüge durch den Coil. So hat man mehr Detailayer hinzugefügt. Layer, wir erinnern uns, in der 3D-Modellierung ein System zur Organisation der Zeichnungselemente. Auf jedem Layer werden Gruppen von Texturen, Objekten oder Eigenschaften abgelegt. Und was das genau ist, das hatten wir uns im Frankfurt Studio Update vom 3. Februar angeschaut, in meiner Übersetzung ab Minute 2210. Und diese Detailayer hat man hinzugefügt, um die Immersion entsprechend noch zu erhöhen. Im Hinblick auf den Coil führt Nick Elms jetzt aus, dass in einem ATV vor ein paar Wochen erklärt wurde, dass der Coil selbst einen Charakter hat. Er ist einzigartig im Verse, bestehend aus einer nicht unwesentlichen Anzahl aus verschiedenen Komponenten, die alle miteinander zusammenarbeiten müssen. Visuelle Effekte, Audioeffekte, Special Effects, Spielmechaniken und vieles mehr müssen zusammengebracht werden, um ein überzeugendes Spielerlebnis zu erhalten. Und zwar so, dass der Coil seine desorientierende, bedrohliche Persönlichkeit behält und eine echte Herausforderung für die Spieler darstellt. Dennoch soll es natürlich Spaß machen und den Spieler im Hinblick auf das Gameplay intuitiv führen. Weiter geht es nun zur Idris. Hier wurde uns in einem ATV vor einigen Wochen erzählt, dass man die Anzahl der Crewmitglieder an Bord verdoppeln musste, weil es sonst schlicht leer war an Bord und die Idris mehr einem Geisterschiff glich. Dies erforderte aber auch einige Änderungen im Hinblick auf die Einrichtungen und Räume der Idris. So brauchte man zusätzliche Offiziersquartiere und Quartiere für Piloten, die direkt verbunden sind mit den Mannschaftsbereichen des Schiffes. Also die Quartiere. Wie man hier sehen kann, erklärt Nick Elms weiter, stellen die vorgenommenen Änderungen eine große Verbesserung dar gegenüber dem in der Vertical Slice Demo gezeigten Material. Als nächstes schauen wir auf die gigantische Shubin Engineering Einrichtung, die inzwischen zu einem repräsentativen Beispiel geworden ist für die wirklich beeindruckenden riesigen Level des Spiels, wo wir auch vor kurzem gerade ein Beispiel der geplanten Monorails vorgestellt bekommen haben, um diese riesige Anlage in möglichst kurzer Zeit durchqueren zu können. An diesem Beispiel hier soll demonstriert werden, wie die schiere Größe, die Atmosphäre, Beleuchtung und Layout, die Erzählung des Spiels transportieren sollen. Ein großer Teil der Squadron 42 Geschichte wird beeinflusst durch und dreht sich um die Shubin Mining Company, die Shubin Bergbaugesellschaft. Und je mehr sich CIG mit der Geschichte beschäftigt hat und je mehr sie versucht haben, diese visuell irgendwie zu erstellen, desto mehr hat sich die ursprünglich als sehr einfach geplante Bergbauplattform in diese nun riesige Fabrikationseinrichtung gewandelt. Jetzt findet auch nochmal die von mir gerade zuvor erwähnte Monorail durch Nick Elms Erwähnung. Diese wird benötigt, um schneller und bequemer von einem Punkt zum anderen in dieser Anlage gelangen zu können. Ein weiterer wichtiger Ort, den wir in der Vertical Slice Demo im Dezember gesehen haben, das ist die alte Chemielaboreinrichtung. Hier wird aktuell an der Erstellung eines neuen Kontrollraums gearbeitet. Die hierfür entwickelten Assets repräsentieren the brains, das Gehirn, wie die Engländer sagen, also diejenigen Menschen, die sich alles ausdenken, Missionen und Einsatzkräfte leiten, beziehungsweise in diesem Fall der Raum, wo diese Menschen dann eben sitzen, zuzüglich eines möglicherweise auf Gericht hin und her laufenden Schäffchens. Vor langer Zeit waren diese hier gezeigten Systeme die besten am Markt, erklärt Nick Elms. Aber jetzt, zum Zeitpunkt des später stattfindenden Spiels in Squadron 42, sind sie alt, überzogen von Staub und nach und nach verfallend. CRG hat einen Prototypen getestet, der es Spielern erlauben soll, manuell FPS-Waffen zu inspizieren, anzuschauen, wie man das in diesem hier gezeigten Beispiel sieht. So kann man die Waffe nun in seiner Hand frei herumdrehen und bewegen, um sich diese genauer anzuschauen. Der Fokus hierbei liegt auf Pistolen und generell Waffen, die man mit seinem Charakter mitführen tragen kann. Im Hinblick auf die benötigten Animationen ist es aber so, dass diese sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Maßen, Größe und Gewicht einer Waffe. Für das massive Vanduul-Huntership, Vanduul-Jagdschiff, werden zurzeit die Geschütztürme entwickelt. Das organische Design der Vanduul soll hierbei gleichermaßen schön sein und bedrohlich wirken. Alles soll fließend ineinander übergehen. Zu gleichen Teilen tödliche Viper und blühende Blume, wie Nick Elms es formuliert. Dieses einzigartige Look and Feel des Vanduul-Designs muss aber auch konsistent gehalten werden. Von Handwaffen über das generelle physische Design, Rüstungen hin zu den Abfangjägern der Vanduul, über Schiffswaffen und Geschütztürme bis hin zum großen Zerstörer. Alles an den Vanduul, so erklärt Nick weiter, ist intensiv und viszeral. Der Begriff viszera ist eigentlich ein medizinischer Fachausdruck für unsere Eingeweide. Das Adjektiv viszeral bezeichnet die Zugehörigkeit zu den Eingeweiden. Im Englischen hat dieses Wort aber noch eine Bedeutung und zwar etwas instinktiv zu tun, also ohne über sein Handeln nachzudenken, etwas rein emotional zu tun, aus dem Bauch heraus zu handeln. Man könnte also aus den Worten schließen, wenn Nick sagt, dass alles an den Vanduul viszeral ist, dass sie den Intelligenzquotienten ein Stück Brots haben. Man könnte aber auch freundlicher schließen, dass sie erst handeln und dann denken, was einen Intelligenzquotienten ja dann nicht zwingend negiert. In jedem Fall, so schließt Nick Elms, soll sich eine Auseinandersetzung mit den Vanduul deutlich unterscheiden gegenüber der mit Menschen oder anderen außerirdischen Spezies. In der nun folgenden Zwischenmoderation erzählt Sandy Gardiner, dass die Geschichte von Squadron 42 durch verschiedenste Medien im Spiel transportiert wird. Im vergangenen Monat haben wir gelernt, wie die künstliche Intelligenz uns sowohl Spielercharaktere näher bringt als auch Story-Informationen vermittelt, sei es im Kampf oder durch andere Formen der In-Game-Interaktion. Sean Tracy fährt fort, dass wir außerdem vorgestellt bekommen haben, wie die Schauspieler digital in das Spiel kommen und so dramatische Filmsequenzen erzeugt werden können. Aber es gibt eine Menge mehr richtiger Interaktionen, welche die Geschichte vorantreiben und zwar abseits der Schlüsselsequenzen, die wir bislang vorgestellt bekommen haben. Und das ist der Punkt, wo das Gameplay-Story-Animation-Team ins Spiel kommt. Was die genau machen und woran sie zurzeit arbeiten, das werden wir jetzt vorgestellt bekommen. Steve Bender, inzwischen zum Animation-Director aufgestiegen, beginnt zu erzählen, dass die Geschichte von Squadron 42 sehr umfangreich und tiefgründig ist. Um hier in der richtigen Art und Weise heranzugehen, hat man die Geschichte genommen und in zwei Produktionsteams aufgeteilt. Das erste Team kümmert sich um die sogenannten Cinematics, also die filmreifen Zwischensequenzen. Das Cinematics-Team hat zur Aufgabe, den Spieler anhand der Haupthandlungspunkte sicher durch das Spiel zu führen. Squadron 42 hat dabei aber viel mehr zu bieten als nur den Haupthandlungsstrang. Man möchte daher jeden Teil des Spiels mit möglichst glaubwürdigem Leben füllen und so den Spieler davon überzeugen, in einer Welt zu leben. Um das zu ermöglichen, wurde das Gameplay-Story-Team gegründet. Dieses Team kümmert sich um alles, was passieren könnte und soll dafür sorgen, eine größtmögliche Spieltiefe in Squadron 42 zu erzeugen. Hierzu erzählt uns jetzt Tony Willsmeyer, leitender Gameplay-Story-Animator des Squadron 42-Teams und der wirft ein, dass sich die Gameplay-Story von den Cinematics unterscheidet. So ist bei den Gameplay-Story-Abschnitten häufig ein Interaktionselement enthalten, die vom Spieler zum Beispiel eine Entscheidung erfordert oder weiterführende Interaktionen, zum Beispiel, dass eine Tür geöffnet werden muss oder andere interaktive Gameplay-Elemente, erzählt Tony. Während man bei Cinematics also lediglich zuschaut, sind Gameplay-Story-Elemente Cinematics mit interaktiven Gameplay-Mechaniken. Steve Bender erzählt weiter, dass alle Charaktere, denen man in Squadron 42 begegnet, ihr eigenes Leben, ihren eigenen Tagesablauf haben. Man kann mit ihnen in Kontakt treten und sie werden auf den Spieler reagieren oder auch ein Gespräch führen, basierend darauf, wer die jeweiligen NPCs sind und welches Verhältnis sie zu dem Spielercharakter haben. Das ist eines der Elemente, welches es ermöglicht, der erzählerischen Welt von Squadron 42 mehr Tiefe zu verleihen. Es wird sich also nicht so anfühlen, dass man von Plottelement zu Plottelement zu Plottelement vorangeschubst wird. Vielmehr wird es sich so anfühlen bzw. soll es sich so anfühlen, dass man sich in einer lebendigen Welt bewegt und lebt, dass man es mit lebendigen, atmenden Menschen zu tun hat. Einige Schlüsselelemente in Squadron 42 müssen vom Spieler bedient werden. Das heißt, dass die Geschichte an diesem Punkt so lange nicht weitergeht, solange man nicht mit einem beispielsweise bestimmten Charakter gesprochen hat, um so notwendige Informationen zu erhalten. Aber dann gibt es auch die NPCs, die für den Fortgang der Haupthandlung nicht wichtig sind, die man aber trotzdem ansprechen kann, um so herauszufinden, wie sie sich fühlen oder woran sie gerade arbeiten, was sie gerade machen, was ihre Hintergrundgeschichte ist. Das ist das Element, was die ganze Spielwelt glaubwürdig machen soll. Basierend auf den Entscheidungen, die man im Spiel trifft, werden die verschiedenen Spieler alle ihre jeweiligen, sich voneinander unterscheidenden Spielerfahrungen sammeln. So wird es, abhängig von dem, was man tut und sagt, immer unterschiedliche Reaktionen und Antworten der NPCs auf einen Spielcharakter geben. Alles soll sich so anfühlen, als würde man mit echten Menschen interagieren. Tony erklärt jetzt, dass es um die 250 Gameplay-Story-Szenen gibt, mit denen er sich zurzeit beschäftigt. Der Weg, mit dem Tony beginnt, an jeder einzelnen Gameplay-Story-Szene zu arbeiten, ist im Prinzip immer derselbe. Als erstes stellt er alle Assets zusammen, also die Gesichtsanimationen, die Körperanimationen und auch Audiodateien. Dann schaut er sich die Motion-Capturing-Szenen an, die aufgenommen wurden, im Regelfall als Quad-Videos, wie hier eingeblendet zu sehen, um zu verstehen, worum es in der jeweiligen Szene geht, was in der Szene vorkommt und was ihre Intention ist. Er arbeitet dabei eng mit dem Design-Team zusammen, spricht mit ihnen über die jeweilige Gameplay-Story-Szene, um zu verstehen, wie sie die Szene sehen, um dann weiterführend gemeinsam zu besprechen, wie die Szene in die Spielwelt hineinpasst. Dann werden die voraussichtlich benötigten Animationen gewählt und eingebaut, um die Szene zu erstellen und anschließend in das Spiel exportiert. Danach wird wieder über diese dann im Spiel befindliche Szene mit dem Design-Team gesprochen, um gemeinsam zu schauen, dass man diese Szene quasi zum Laufen bekommt. Das Hauptwerkzeug zur Erstellung solcher Szenen ist natürlich Maya. Hier verwendet man den Szenen-Manager, um Gesicht, Körper und Audio-Assets zusammenzustellen. Von hier aus werden die Dateien dann ins Spiel exportiert. Anschließend wird TrackView verwendet, um sich einen Stellenüberblick über die Spielszene zu verschaffen. Danach wird das Manneker, die Spielfigur, weiter aufgesetzt, die Animationen definiert, Tags hinzugefügt und so weiter. Was Tags sind, das haben wir in der vergangenen Woche im ATV kennengelernt. Und ganz am Schluss werden Verknüpfungen definiert zur Subsumption, dem KI-Fundament des Spiels. Daran wird zurzeit sehr intensiv gearbeitet, wirft Toni ein. An diesem Punkt kommen dann die Animationen zum Leben und man kann anfangen, mit ihnen zu interagieren. Das Gameplay-Story-Team versucht also, die Szenen ins Spiel zu bringen und zum Leben zu erwecken, die möglicherweise bereits teils Jahre zuvor per Motion Capturing aufgezeichnet wurden. Diese Arbeit fördert natürlich auch Probleme zutage, die dann versucht werden müssen, gelöst zu werden. Man schaut dann im Regelfall als erstes, welches der größte Problemverursacher eine Szene ist. Dann geht es weiter zum nächsten Problem und so hangelt man sich weiter voran durch die Szene. Wenn es dann etwas gibt, was mit der aktuellen Technik nicht gelöst werden kann, dann wird ein Hilferuf in die anderen Abteilungen gesendet, um diese mit einzubeziehen und hoffentlich dann gemeinsam zu einer Problemlösung zu finden. Die Motion Capturing-Aufnahmen, die Mocap-Aufnahmen, passen manchmal nicht genau auf die Animationen. Oder es kommt auch vor, dass sich eine Performance aus zwei unterschiedlichen Mocap-Aufnahmen zusammensetzt. Häufig besteht dann also die Aufgabe des Animationsteams daraus, Überblendungen zu entwickeln und einzubauen, um die Schnitte der unterschiedlichen Mocap-Aufnahmen zu verbergen. Manchmal müssen aber auch neue Aufnahmen vorgenommen werden, zum Beispiel für den Fall, dass ein Spieler längere Zeit benötigt. Um eine Entscheidung zu treffen im Spiel, die Animationen im Hintergrund aber weiterlaufen müssen. Das ist ein nicht unerheblicher Aufwand, die Umgebung und die Szene der ursprünglichen zugrunde liegenden Mocap-Aufnahme nachzubauen, quasi wiederherzustellen, um dann neues Motion Capturing-Material zu filmen, damit sich am Ende im Spiel alles harmonisch ineinander fügt. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass sowohl für die cinematischen Szenen als auch für die Gameplay-Story-Element-Szenen NPCs mit einbezogen werden müssen, und zwar teils mehrere, und die müssen aus ihrem von der KI-Subsection gesteuerten Tagesablauf entkoppelt werden, um sie dann im Abschluss einer solchen cinematischen Szene oder eines Gameplay-Story-Elements wieder genau dort sozusagen aufzugleisen, wo sie vorher herausgelöst worden sind. Sobald eine Gameplay-Story-Szene im Spiel implementiert ist, wird weiter daran gearbeitet, um sie zur finalen Qualitätsstufe weiterzuentwickeln. Dazu gibt es eine Menge unterschiedlicher Dinge zu tun und Probleme zu lösen. So muss man sämtliche Charakterposen einfügen, um sicherzustellen, dass die Animationen vernünftig zusammenarbeiten, Animationen für den Ruhezustand, vielleicht auch neue, wie zuvor erwähnt, Motion Capturing-Szenen aufnehmen und hinzufügen. Es muss sichergestellt werden, dass die Gesichtsanimationen korrekt funktionieren, dass Spielerauswahlkriterien hinzugefügt werden, mögliche weitere Verzweigungen der Szenen müssen überprüft werden, sowie im Hinblick auf mögliche Spielerentscheidungen bearbeitet und gegebenenfalls erweitert werden. Die Stimmen für Spieler und NPCs müssen hinzugefügt werden, vielleicht auch bestimmte Punkte herausgearbeitet, auf die der Spieler gucken soll. Es gibt also eine Menge Dinge zu tun, üblicherweise alle Dinge zur selben Zeit. Wobei man dann immer mit der Bearbeitung des größten Problems startet, erzählt Toni, um sich dann weiter nach unten bis hin zu den kleineren Problemen vorzuarbeiten. Und eventuell, wenn man keine Probleme erkennen kann, dann ist die Gameplay-Story-Szene fertig. Was CIG erreichen möchte und was sie auch versuchen, im Rahmen ihrer Arbeiten zu leben, das ist die Vermeidung des Wortes der Begrifflichkeit KI. Das gesamte Spiel, Squadron 42 und Star Citizen und die gesamte Spielwelt, baut auf der KI-Subsanction auf. Das ist klar. Was sie aber erreichen möchten, sowohl für sich selbst als auch für die Spieler, das ist das Selbstverständnis, sich in einer lebenden, atmenden Welt zu befinden und zu bewegen. Es ist ein lebendes, atmendes Universum. Jeder NPC in dieser Welt hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen, seine eigene Hintergrundgeschichte. Und das gilt auch für unsere Feinde. Anstatt dass wir also irgendeinen Typen auf dem Bildschirm bekämpfen, handelt es sich um eine Persönlichkeit, die irgendwie gerade zu diesem Punkt gekommen ist, an dem wir beide nun gerade gegeneinander kämpfen. Sie haben alle irgendein Ziel, die NPCs, was CIG wiederum dabei hilft, festzulegen und zu definieren, wie der jeweilige Feindcharakter reagiert und generell dem Spieluniversum und seiner Geschichte die erzielte, gewünschte Tiefe verleihen zu können. Tony erzählt nur noch zum Schluss, dass Animationen quasi das Licht eines Spieles sind, das Allerwichtigste für ihn. Animationen, das ist für Tony nicht nur der Beruf, sondern auch seine Leidenschaft. Er mag es sehr, im Gameplay-Story-Team zu arbeiten und möchte die Mocap-Aufnahmen nicht nur ins Spiel bringen, sondern diese zum Leben erwecken. Er erfreut sich daran, dass man durch das Schiff läuft und dort auf echte Menschen mit echten Geschichten trifft und die ganze Zeit interessante Dinge an Bord vor sich gehen. Dabei gehen diese Gameplay-Story-Szenen von ganz einfachen, möglicherweise Einzeilern, die während eines Kampfes gesagt werden, bis hin zu komplexen Szenen mit beispielsweise zwölf Charakteren, die sich in einem Raum befinden und wo sehr dramatische Dinge geschehen. Und zwischen diesen beiden entfernten Punkten, sag ich mal, gibt es alle möglichen Szenen mit zum Beispiel zwei oder drei Charakteren, die miteinander reden oder mit denen man reden oder mit ihnen arbeiten kann. Obwohl Tony schon einiges an Erfahrung hat, erforscht und erschließt er sich immer noch die verschiedenen Aspekte der Gameplay-Story in all ihren Variationen. Eine wirklich sehr interessante Aufgabe. Sandy Gardiner und Sean Tracy erzählen zum Abschluss nochmal über den Newsletter, den man abonnieren und über den man weitere fortlaufende Informationen über Squadron 42 erhalten kann, sowie über die Roadmap, welche jüngst aktualisiert und erweitert wurde. Aktuell wird immer noch an Patch 3.1 gearbeitet. Aktuell befindet sich 3.1.4 im PTU. In der Zwischenzeit wird bereits der Patch 3.2 vorbereitet, sowie natürlich im Hintergrund an den weiteren zukünftigen Patches gearbeitet, wie zum Beispiel der Erstellung des Planeten Hurston und seiner Monde. Aktuell gibt es noch Rabatt für die Einsteigerpakete, sowohl für Star Citizen als auch Squadron 42. Auch das neueste Konzeptschiff, die Origin 100i und ihre Varianten, stehen weiterhin zum Verkauf zur Verfügung. Und es gibt noch einige der offiziellen Motiv-Shirts im Verkauf, die Hornet-T-Shirts, mit einem Rabatt von 20% gegenüber dem regulären Verkaufspreis. Die Zusammenarbeit zwischen CIG und Intel wird weiter fortgesetzt, erzählt Sandy Gardiner. Hier wird weiter die Optane beworben, sowie die Core i9-Prozessoren. Aktuell, sowie im weiteren Verlauf der nächsten Wochen, findet hierzu ein Wettbewerb statt. Es können Screenshots auf Spektrum eingestellt werden, aus denen der beste Screenshot ausgewählt und dementsprechend ein Preis vergeben wird. Zurzeit ist das eine Intel Optane 900p. Und am 10. Oktober diesen Jahres findet die jährliche CitizenCon statt in Austin, Texas. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und das war's mit dem Squadron 42 Update. Ich wünsche euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Cheers! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020